Ja, hallo und willkommen bei meinem neuen Let's Play, Batman Arkham Origins. Ja, Batman spiel halt eben. Ja, so hin, ja, enthalten zu mir runterladen, bla. Das ist mein, ähm, privater Spielstand. Und ich bin erst bei 4%. Und ich hab schon eineinhalb Stunden weitergespielt. Also, gespielt hat. Und, naja. Akzeptieren. Weiter. Story. Neues Spiel. Hinweise? Ja, Untertitel ein. Spiel starten. Jetzt bin ich ruhig. Hey. Okay. Hey. 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 von Gotham aufgrund der bedrohlichen Wintersturmbarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Deine Insel, Bruce, Sie sind schon seit fast zwei Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erwarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Komm mir schnell, Lob. Was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es geht keinen Batman. Kettengurt, Kettengurt. Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2L. Delta 6, 4 auf dem Weg. Klinzrale 5, 9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10, Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6, Code 6. Commissioner Lob wird festgehalten. Batman Arkham Origins. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir. Aber es gibt Besseres zu tun. Und weggekommen. Sieht aus, als hätte Black Mask hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Lob finden, bevor es zu spät ist. Was für das ist also? Ja, und damit sag ich nochmal. Hallo und willkommen bei Batman. Ich bin Batman. Ja, und ich bin weg gerade. Es ist ein bisschen laut hier. Dann machen wir mal hier zur Hälfte. Hier die Hälfte. Hier die Hälfte. So. Jetzt dürfe es. Wie heißt die? Genia. Du, 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 du. Du, 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 du. Höh, hör, übermal bisschen. Höh, hör. Nehmen wir mal Battering. Schmeiß wir mal in die Luft. Und. ich wollte eigentlich die untertitel ausmachen aber das irgendwie und ich habe falsch gelesen kann ja auch sein m er ja und ich lasse jetzt einfach mal an weil so geht es ja schon los hier na also echt jetzt tue ich nicht ich habe die gerüchte gehört aber du ich soll es doch gar nicht geben wer hat hier ich weiß nicht was es ist es ist riesig wo ist black mask ich weiß es nicht er will commissioner low vielleicht weiß einer seiner leute wo er hin ist okay dann rede mit josef dann reden wir mal noch mal mit josef er hat meine familie bedroht er wollte ich habe keine zeit das auszudiskutieren aber wir wissen beide dass das ihre taten nicht rechtfertigt das wissen wir top ansehen n nein passt schon ja ich lache nicht über den sondern ach ja wir haben einen in der Schule naja keep moving da muss man mal ich werde sie dazu bringen mir zu sagen wo ich bleibe ja das wissen wir doch dass da Schlag ist so durch das schweck ist er so bei na komm kontern hey ja ich weiß dass das kontern ist na komm kommen die sich die schicht und ich nicht ich habe nur bis hin umkommen deck dich zu deck dich zu die jacke wo es bleibt woher soll ich das denn wissen nicht zum reichen wie sehr du vorher leidest entscheidest allein du leck mich für sowas habe ich keine Zeit ok ok ihr ist unterwegs zur Hinrichtung Skava mit Lob klug von mir jetzt darfst du dich ausruhen der ist so mies der Batman der ist so mies gehen wir da durch was ist das eine Drohne die ja da geht es um die gehört ganz bestimmt nicht hierher hallo Dröhnchen dann folgen wir dir mal nicht machen wir mal Kombo Kontan ich weiß dass das Kontan ist wollte er schon dort äh bewusstlos weil Batman tötet ja keine Leute außer bei Batman Arkham Knight na komm hm der schwebt da mal in der Luft um und okay auch gut das Tor blockiert mein Weg ich muss mit dem Greifhaken drüber kommen schnell das weiß ich doch ja dann geh halt hey Nexus Google Nexus 7 oder was wow what the hell sind die das für Vieh die Sprüche wie der sind der Grund warum du in der Scheiße steckst da so kommt hallo hallo ja an die Schweden okay bist du gut Okay. Komisch, dass es gerade geruckelt hat, weil er weiß, in der Testaufnahme hat es gar nichts geruckelt. Ah, ein Baum frei. Aber dann, wenn es Vorführeffekt hat. So, dann mal da rauf. Halt. Dann, der Betsy muss laufen. Und, hui. Na komm. Huh. Was fabbelt denn da hinter mir in meinem rechten Ohr rein? Was? Das ist doch eine Reporterin, so wie sie anhört. Na komm. Na komm. Du auch noch. So, bis jetzt dann. Nein, da auch noch einer. So, los. Du schweckes. Zapp. Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Wie ihr diese Serie kennt. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen. Ja, das weiß ich schon. Okay. Und. Nein. Verkehrt. Hier ist so ein Tuf. So. So. Okay. Okay. Der hat Power. Die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht... Einen Moment mal. Einen Moment mal. Der Black Mask, der hört sich doch an wie Joker. Der hört sich doch genauso an wie der Joker. Vielleicht ist es der Joker, wo in einer schwarzen Maske... Schau, die Statur passt auch. Du hättest schick angezogen. Ja. Komm, mach mal das Tor. Zup, 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 zup. Na, komm. So. So, gehen wir mal da rein. Upsi. Upsi, das ist so komisch. Upsi. Huch, das wollte ich gar nicht. Wollte ich auf Top drücken. Ich wollte eigentlich eins... battering. Okay, man kann nicht battering. Ja. Der ohne, der versteckt sich schon da einig. Klar. Na, komm. Upsi, dupsi, 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 weg. Na, der ist auch schon mal weg. Na, komm. Du. Das ist aber das Schnellgang in der Test-Aufnahme. Hat das bisschen länger gedauert. Wo geht's lang? Natürlich weiß ich, was lang geht, aber... Äh, ja. Uh, das habe ich jetzt gemacht. Na, komm, ziehen! Yeah! So. Rissen wir mal schon wieder die... ...Dinge aus. Das Herz, wo... ...ein Batman-Symbol sein soll, okay? Der ist mal weg. Dann können wir mal durchgehen. Danger. Hot. Verbreit von komischem Lob oder Fleckhäste. Na, komm. Speichern. Und sollen wir das machen? Was? Einmal antippen, zweimal... Eins. Und dann? Ja, ich weiß schon genau, was los ist. Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit... ...huch. Huch. Ja, jetzt sagt es das. Auf das wollte ich nur ganz kurz... Ja. Warte, wie ging das jetzt nochmal so? Eins drücken und dann... Hey. Ah. Hallo, jetzt macht es das nicht mehr. Na, komm. Jetzt komm. So, dann gehen wir mal hier so hin. So, jetzt raten wir nicht mehr. Was? Der ist eine Last, der Batman. Nicht, um was Gescheites machen. Eins drücken und das, oder? Nein, erst eins drücken, dann das. Wenn ich schnell zwei Batarangs werfe, kann ich wahrscheinlich beide Steuerungen treffen, um die Tür zu aktivieren. Jetzt rieche ich überhaupt eins hier. Hallo? Warte mal, so. Äh, jetzt. Jetzt. Jetzt nochmal eins drücken und dann... Hey, wie ging das jetzt nochmal? Zwei schnelle Treffer mit dem Batarang und die Tür sollte sich öffnen. Eins antippen. So, jetzt. Oder? Ja. Bisschen kompliziert ist die Steuerung. So, ziehen. Los, 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 los. So. Na, komm. Gehen wir mal da rauf. So, hopp. Hopp. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Das ist Joker, das Lachen. Er reißt sich nur ein bisschen zusammen, das ist Joker. Ich kann ja was falsch sagen, aber das... Scheiße. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal da durch. So. Scheiße. Scheiße. Ja, jetzt schalte ich erst mal, ey. Jetzt schalte ich erst mal dich aus. Halt. Ey. Dich mach ich gleich. Na komm. Hopps, hopps, hopps. Hey, hey, hey. Tot. So. Nicht tot, bewusstlos. Mann. Hä? Komische Tür, auf, zu. Lauf, äh, lauf, 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 lauf. Wo geht's hier hin? Hier, gehen wir mal in Detektivmodus. Hier geht's nirgends hin. Wo geht's lang? Da muss hier lang gehen. Oh, jetzt los. Okay. Eine SD-Karte. Die Speicherkarte ist beschädigt. Eine Speicherkarte. Ich werde die meisten Dateien wahrscheinlich in der Bad Höhle lesen. Ja, wie kann denn die beschädigt sein? Vor einem Sturz. Wie bitte? Naja. Wirkt man, oder? Dass ich das schon zweimal gespielt hab. Aber privat und einmal mit Aufnahme, wo dann gelöscht wurde. Und dann die. Scheiße, Black Mask entwischt. Scheiße. Wie soll denn der in den Hubschrauber rein? Hä? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein. Wow. Wow. Der Batsy, der schafft das schon. Ah! Geh weg, geh weg, geh weg. Wow. Na komm. Los. Hopp, 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 hopp. Boah, was machte der, was machte der, was machte der, wieso kommt da schon wieder Heli? Denn ich bin den Stress, ich bin den Stress, Häufel. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, da kommt der, hm. Kontern. Boah. Ich trau alle Tasten. Wie, 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 weg, wie, weg, wie, weg. Geh, Alter, jetzt steckt er. So. Wow. Alter, jetzt komm her. Alter. Wow. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Häufel. Na komm, hopp, 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 hopp. Scheiße. Kackel, entkommen, komm. Komm, komm, komm. Höf. So. Scheiße, ich bin fast down. Boah, was macht ihr jetzt? Ja, okay, schon mal alles, Alter, ist talentlich. Danke. Scheiße. Scheiße, ich bin down, Alter, ich bin down. Hey, nein. Scheiße. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Nein. Ach, Mann. Boah, der Kampf ist aber... Der süße Duft der Niederlage. Was, bitteschön. Okay, das fängt ja schon mal super an, das Gäber. Und das ist auf normal. Schwierigkeit. Oh, nein. Black Mask, geh weg. Oder Joker, geh weg. Keine Ahnung. Ja, kann man das nicht überspringen? Ja, danke. Wow. Hallo? Hallo, mach halt. So, ätzelt. Na, komm. So. Oh nein, jetzt kommen wieder die Leute. Ja, 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 ja. Komm, geh weg. Geh weg. Na, komm, schmeiße, send dich das Viech. Kontern. Boah, den schönen Hosen hast dann. Das muss man dir schon lassen. Hey? Was ist jetzt los? Hem. 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 Okay, ich glaub, dann, äh, mal mal ganz pass. So. Ich find alle Bugs. Genauso wie der, äh, Kronk. Alle zwei durchlaufen, nichts. Mann. Jetzt muss ich nochmal neu machen. Warte mal, ganz kurz. Und dreimal. Die Gehäuse lüft ein bisschen mehr, wenn es jetzt ein Ding... Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Hitze vor diesem Zimmer liegt, oder ob es wirklich an ein Bug geht. Na, komm her. Also, tschüss. So. So, jetzt kommt der Heli wieder. Können wir das nicht überspringen? Mann. 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 Ja, okay. So. Ja, komm. Geh, down. So. Los. Hopp. So, jetzt kommt der wieder her. Los, 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 hopp, hopp, hopp. Komm, komm, komm. Komm. So. Wow. Jetzt kommen wir wieder die drei Leute. Drei Leute, was? Achso, stimmt. Ich bleib ganz nah beim Crocodile. Keine Ahnung. Ich seh da aus wie ein Krokodil. Na komm, werf das drum? Hey. Scheiße. Na komm. Los, auf, jetzt. Scheiße. So, los, 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 los. So, wie du leertest, du drücken. Wie viel Hämat. Los, 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 los. Alter, das ist... Wo macht man das, der Endgegner? Hilfe. Jetzt ist er gleich down. Er ist jetzt gleich down. Alter. Hey, was machst du? Scheiße. Komm, geh, 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 geh zu ihm, geh zu ihm, geh zu ihm. Los, 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 los. So. Jetzt. Boss, wo will er hin? Ein einziger Boss, will ich selbst. Mit Tränen. Ich will antworten. Jetzt zieh die Nacht noch nicht. Mach ich sie nicht. Tschüss. Ich geh jetzt. Nicht heute Nacht. Und starrt denn sein Düsencheck allein und sagt Tschüss. 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 Es gibt also kein Batman, hä? Ja. Es gibt kein Batman. Ich spiel nur irgendein Spiel, wo kein Batman gibt. Nein, bin ich nicht. Nein, es wird eine lange Nacht. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Sag ich doch menschlichen Krokodil. Nein, es hat ein Killer auf mich angesetzt. Dün, dün. Okay. Er dreht sich wie eine Ballerina. Okay. Ja, so endlich sieht man auch nach meinem Studio aus. Nur ein bisschen aufgeräumt hier. Und so viele Krimskrams da drauf. Naja. Dann bin ich mal leise. Auftragskiller, Sir? Und mehrere davon? Stimmt genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Krog. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengelosser tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Das ist der Joker. Alles oftmals Killer. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu tun. Der Firefly. Was zum... Helmut! Helmut! Floyd Lawton. Alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel. Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Boczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Was macht Bane hier? Bane? Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. Acht Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mach dem Ganzen ein Ende. Ja, das machen wir. Ja. Ja. Offen gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel ein Treffen mit Pinguinsmännern am Jezebel Plaza. Ich bringe Sie zum Reden. Tipp, Stufen. Ah ja. Ja, stimmt. Machen wir mal neu. Machen wir das hier. Was ist das? Gleitritt. Ja, das können wir machen, weil wenn wir fliegen, dann... Okay, dann würde ich mal sagen... Halten Sie das für weise? Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, was ist Ihre Trainings eigentlich gemacht? Okay. Aber jetzt gehen wir erst mal ins Flugzeug. Hallo? Flugzeug? Naja. Doch. Schnelle Reise. Okay. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonachpunkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Okay. Dann machen wir das mal. Und... Ich steig wieder ein. Und... Tschüss. Okay. So. Aber da kümmern wir uns erst in der nächsten Folge bei... Batman Origins. Ja. Arkham Origins. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser ersten Folge Batman. Ich bin Batman. 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 Dann sagen wir mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.